hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge halle und herzlich willkommen ja wir sind jetzt wieder in der karriere und jetzt geht es hier weiter im karabau cup und ich würde sagen legen wir mal los gegen fulheim eine besondere überraschung habe ich euch habe ich auch für euch aber es ist tor news weiter das kenne ich noch gar nicht okay ihr seht es hier cerny statt lofrenzic von beginn an da dieser gesperrt ist ups weiter jetzt haben wir es checked so und los geht's karabau cup das ist schon das viertel finale dass wir hier recht haben so 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 far, man, sicher. Oh. Oh, der Bar ist noch drinnen. Oh mein Gott. Ja, im Kappi ist alles anders. Oh. Muck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What a fail. What a fail. What a goal. 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 gl後. What a goal. so murk auf pilot keine ahnung wie man den ausspricht sicher nicht so ich spreche ihn ja englisch aus dabei ist er franzose eigenballspieler kostet nicht kugel ich sagte nicht meine ich erwähne nicht meine spieler und ich machen möchte Sushi! Na gut dann, tschau! Na gut, tschau! Oh, der Schürle spielt bei Fulheim Bist du da gegen die habe ich in der Liga gespielt, jetzt bin ich im Cup noch ein bisschen härter jetzt auf einmal Ja, spiele ich, spiele ich, ja Leute, ich glaube es nicht ausgedreht, er ist endlich wieder mal in den Sieg eingefahren Ja! Tscherny! So viel ist Elmeister ein bisschen eskaliert Na, das habe ich nicht gehört, was war? Ja, richtig Ja, Sturm gegen Madsburg waren ja nur Fehlentscheidungen mit dem Schiedsrichter Achso, Sturm, ja Ich habe jetzt gesagt, Elmeister, meinst du mit Ronaldo? Achso Das habe ich schon gehört, ja Das habe ich schon gehört, ja Aufstieg vertagt Nach dem Finale oder was? Nach Gruppenaufstieg Also ja Achso Nach dem Finale Nach dem Finale Juventus Habe ich das erste Spiel, da war das zweite, verloren? Daaaah Scheiße, dann habe ich ihn nicht gehört Valencia Valencia Und Schulter Noch irgendeiner Einen kleineren Gegner, aber eher Gegenüber hast du die Niederlage gemacht Juventus Uuuuuh Was hat das Das Ball am Tor Ich habe bis jetzt nur gewonnen, außer einmal Unentschieden gespielt Und jetzt sind wir verloren gegen Juventus Der Rossi Der Rossi auch auf die Schulter? Boah, der läuft falsch Der Passi ist falsch Alles falsch 82. Minute Zwei Wechsel haben wir noch, was machen wir? Der Rossi Okay, da werden wir in Ring reingeben Der ist schneller Ring Ring Schulter kann auch nicht mehr Auch ein Eigenbauspieler, brauchst du auch nicht kugeln Da gehen wir Byteos rein, weil ich habe gemerkt, er kann gut LM spielen Der spielt besser LM als er ZOM spielt Zumindest hier bei mir In In der Karriere Ja Jenny 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 Wer wird berührt Wer wird berührt Oh Nein Alter Liebse Ah, den Kopf war jetzt nicht gut drauf Oh, da ist jetzt offene Seite die Meiiiin Machst du Spaß? Na ja Gehört zum Business Unglaublich 88. Minute Bekommt man hier das 2 zu 1 Guter Pass In die Mitte Der Kopfball geht noch an die Stange Und dann springt der Kopfball noch mal so hoch Dass er noch mal klüpfen kann Was denn? Ich hab das Angst zu sein, schon verpasst Ruhig fand er Nur so viel was das kann 2 zu 1 Halt mal dabei Oh, steh auf Nein, das wird nichts Schade, schade Man scheidet im Viertelfinale aus Man scheidet im Viertelfinale aus Wie kam es dazu? Jetzt bist Leif dabei bei der Zusammenfassung In der 14. Minute In der 14. Minute Schießt Murk noch vorbei Was soll ich analisieren was? Hm Analisier das nicht gesehenes Spiel Na ja, gut Woran hat es gelingen Hat gelingen, ja Gut, man fragt sich immer daran woran hat es gelingen Aber Im Endeffekt hat es gelegen, ja Woran hat es gelingen? Hier sind wir 21. Minute Schön gemachter Pass Und Ich glaub Mulquass Auf Bentner Oder wie in Reuss Reuss? Reuss? Reuss hat auch noch so Aftercard hab ich gelesen Und Sind sie das als Mentalitätsproblem? Problem? Ihr geht mir auf die Eier mit eurem Scheiß Mentalitätsprogramm Das ärgert mich jetzt Das ärgert mich jetzt Ich meine, mich hat's eh schon gewundert, dass ich so weit in den Karabau Cup kommen bin, weil sonst hat's mich dort immer gleich am Anfang rausquickst Wie das? Vom ersten bist du gleich durchgegangen, oder? Ja, das verstehe ich Beim ersten bin ich durchmarschiert In der vierten Liga aus Und dann ist nichts mehr gewesen Und seitdem hat's nicht mehr geklappt Jetzt war Viertelfinale war das Beste was ich bisher erreicht hab dann nachdem Echt? Ja Wo ich jetzt war In der dritten Liga, in der zweiten Liga hab ich Den hab ich nichts kriegsen Das ist aber jetzt im zweites Jahr, oder? Im ersten oder? Ja Im ersten Jahr hab ich dafür erstmalig den Emirates Cup geholt Ok Und Meister auch? Ja Meister Meister auch Ja Das war's mit dem Spiel Liebe Leute Wie's weiter geht's Jeder beim nächsten Mal Ending ist auch beim nächsten Spiel mit dabei Bis dahin Macht's das gut Ciao Und Bye Bye